Mit Hilfe des Customizers konnten wir das Theme soweit schon ganz gut anpassen und wir haben ja auch bereits Widgets in die Sidebar eingefügt bzw. wieder herausgelöscht. In dieser Lektion möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe des Text Widgets umfangreiche Anpassungen vornehmen können, die über die vorgesehenen Möglichkeiten des Customizers hinausgehen. Als allererstes möchte ich einmal dieses Hintergrundbild ändern und hier unseren Header herauslöschen. Das heißt, ich beginne mit dem Header und lösche das Bild einfach heraus. Als nächstes lade ich hier ein anderes Bild in den Hintergrund. Ich möchte meine Seite jetzt komplett umfärben in eine Waldszene. Dafür habe ich schon ein Bild von der Website pexels.com heruntergeladen und dieses Bild entferne ich jetzt hier einmal und wähle das neu geladene Bild hier aus. Das heißt, ich muss es erst einmal hochladen. So und es befindet sich im Downloads Ordner. So sieht das Bild aus. Ich kann es Ihnen einmal zeigen. Das wäre diese Grafik und dann lade ich das Bild hoch und weise es hier als Hintergrund zu. So und jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich hier diesen roten Hintergrund nicht auf transparent gestellt bekomme und dementsprechend ist es mir nicht möglich, den Text direkt vor dieses Hintergrundbild zu setzen. Ich speichere erst einmal, damit meine Änderungen nicht versehentlich verloren gehen und jetzt wechsle ich zurück in den Bereich Widgets und hier gibt es zwei Bereiche, die unterhalb des Inhalts eingefügt werden. Hier unten müsste das irgendwo sein und ich gehe jetzt einfach mal in den ersten Bereich rein und füge ein Widget hinzu und wenn man ganz runter scrollt, dann gibt es ein Text Widget und in dieses Text Widget können Sie normalen Text oder HTML einfügen. Dieses Widget füge ich hinzu. Ich vergebe keinen Titel. Das Widget soll unsichtbar sein, aber ich möchte über dieses Widget jetzt CSS-Angaben in diese Seite einschleusen und da ich innerhalb von HTML auch einfach einen Style-Bereich öffnen und wieder schließen kann und dann in diesem Style-Bereich CSS-Stile schreiben kann, ist es mir somit möglich, über das Text Widget den CSS-Code, sprich das Design dieses Themes anzupassen. Ich schreibe also einfach einmal Style und gehe ein paar Zeilen tiefer und schließe das mit Slash Style wieder und jetzt muss ich natürlich herausfinden, welches Element überhaupt editiert werden soll und dafür gehe ich mit einem Rechtsklick hier in die Web Developer Tools und prüfe einmal, wie das Element denn heißt, was jetzt hier momentan diesen roten Hintergrund erzeugt und ich muss mal eben das ein bisschen zusammenschieben, dass ich etwas mehr Platz bekomme und dann schaue ich einmal, was das wohl wäre. Möglicherweise ist das hier dieser Diff mit der ID-Page und ich kann das auch einfach mal ausprobieren, indem ich hier die Farbe verändere und gucke, ob das Element sich ändert, was ich ändern möchte. Das wäre jetzt hier der Fall und wenn ich diesen ganzen Bereich noch etwas weiter zusammenschiebe, dann sehen Sie, dass hier außenrum immer ein Abstand eingebaut wird. Diesen Abstand möchte ich entfernen. Ich möchte, dass dieser rote Hintergrund einmal umgefärbt wird, aber ich möchte vor allem, dass er bis zum Rand läuft und dafür schaue ich mir einmal an, was hier für Stile zugewiesen wurden. Ich sehe, dass hier ein Margin von 21 Pixeln zugewiesen wurde und wenn ich das deaktiviere, dann weiß ich auch, welche Einstellung ich überschreiben muss. Das wäre jetzt hier nicht die ID-Page, sondern die Klasse Side, die diese Angaben bekommen hat. Das heißt, ich gehe hier hin und schreibe einfach mal einen Selektor für die Klasse Side und dann ändere ich das Margin auf 0 und anschließend ändere ich die Background Color auf einen transparenten Wert. Und zwar möchte ich ein transparentes Schwarz verwenden und Transparenzen waren ja eben nicht möglich, weil ich innerhalb des Customizers für diese momentan rote Farbfläche immer nur Hexadezimalwerte angeben konnte. Aber wenn ich eigenen CSS-Code schreibe, dann habe ich die Möglichkeit, hier eine Farbe in RGBA anzugeben, also Rot, Grün, Blau und eine Alpha Transparenz. Und dann kann ich hier einfach einmal 0,0,0 verwenden für Schwarz und nochmal ein Komma und dann 0,5 für Schwarz mit 50% Deckkraft. So, und dann muss man immer einen Augenblick warten und dann kann man schauen, ob das so aussieht, wie man sich das vorstellt. Dann könnte ich eben hier diesen Prozentwert anpassen. Beispielsweise probiere ich einfach mal 70%, bis das so aussieht, wie ich das gerne hätte. Und ich finde, so kommt das meiner Vorstellung schon erstaunlich nah. Das ist ein sehr moderner Stil und ich denke, das können wir so lassen. Das heißt, ich speichere das einmal hier oben über Speichern und Publizieren. Wenn es gespeichert ist, dann würde ich natürlich hier auch einmal diese Debug-Tools wieder entfernen und ich kann das auch mal einklappen, um zu gucken, wie diese Seite sich verhält. Und das gefällt mir doch, schon wunderbar. Ich öffne noch einmal den Customizer, um ein paar Einstellungen vorzunehmen. Und zwar gefällt mir jetzt momentan noch nicht, dass dieses Bild hier unten aufhört. Das heißt, man sieht hier unten, dass die Grafik aufhört, einfach weil sie nicht groß genug ist. Und wenn ich jetzt das Browserfenster verkleinern würde, mir diese Ansicht beispielsweise auf einem Smartphone anschauen würde oder auch auf einem größeren Bildschirm, dann würde diese Grafik mit Sicherheit nicht passen. Das heißt, ich schaue noch einmal in den Einstellungen nach, was denn hier für Optionen festgelegt wurden. Das heißt, ich gehe in das Hintergrundbild und schaue einmal, okay, das Bild ist oben in der Mitte zentriert. Das ist soweit in Ordnung. Es wird nicht wiederholt und es scrollt mit. Das kann ich mal auf fixiert umstellen. Das gefällt mir vielleicht besser. Dann habe ich hier diesen Eindruck. Das ist einfach nochmal ein bisschen moderner und es passt auch ganz gut mit dieser Hintergrundgestaltung zusammen. Und ich gehe noch einmal zurück in die Widgets und versuche, diesen Hintergrund jetzt so anzupassen, dass er auf jeder Displaygröße funktioniert. Und dafür muss ich natürlich noch einmal mein Textwidget aufrufen und hier eine Background-Size-Angabe hinzufügen. Und zwar schreibe ich hier Background-Size und dann Cover. Dieser Befehl erzwingt, dass das Hintergrundbild immer skaliert wird, unabhängig davon, wie groß das Container-Element ist. Das heißt, es kann jetzt nicht passieren, dass dieses Bild irgendwo aufhört oder im schlimmsten Fall sogar mehrfach nebeneinander sichtbar wäre, sondern es füllt einfach immer den kompletten Hintergrund meiner Seite aus, unabhängig davon, wie groß das Browserfenster oder der Bildschirm ist. Und dann kann ich hier Speichern und Publizieren. Und anschließend entferne ich hier oben einfach mal alles, um auf die Seite direkt zugreifen zu können, so wie der Besucher sie später sehen würde. Und dann hätte ich jetzt eben das Design entsprechend angepasst über die Möglichkeiten des Customizers hinaus. Ganz einfach, indem ich ein Textwidget so umgebaut habe, dass ich über dieses Textwidget CSS-Ziele in die Seite einfügen konnte. Ja, wie Sie gesehen haben, war das Ganze jetzt recht unkompliziert, aber unsere Lösung ist nicht besonders sauber gecodet, unter anderem, da dieser CSS-Code unterhalb des Head-Bereichs unserer Seite eingefügt wurde. Unsere Anpassung funktioniert, aber es wäre besser, wenn diese zusätzlichen CSS-Stile in das Haupt-Style-Sheet des Themes übernommen würden. ... ...